Heute für euch das Leben von Severus Snape. Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Harry Potter Bücher sind erstaunlich detailreich. Ein Charakter sticht jedoch besonders hervor. Severus Snape. Er ist einer der kompliziertesten Charaktere und eine meiner Lieblingspersonen aus den Filmen und den Büchern. In diesem Video werde ich dir seine gesamte Lebensgeschichte erzählen. Severus Snape war der Sohn einer Hexenmutter namens Aileen Snape Prince. Der Nachname Prince stammte von seiner Mutter und Snape von seinem Muggelvater, Tobias Snape. Severus Snape ist in Spinner's End aufgewachsen. Dies war jedoch kein schöner Ort für ein kleines Kind. Snapes Eltern haben sich nur gestritten und er konnte es kaum abwarten, endlich elf Jahre alt zu werden, um nach Hogwarts zu kommen. Sein Vater war nie mit irgendetwas zufrieden und konnte laut Snape nichts leiden. Snapes Mutter wurde von ihm als sehr dünn beschrieben. Sie hatte ein sehr markantes Gesicht und schaute immer sehr böse aus. Snape sah ihr sehr ähnlich. Als Snape neun oder zehn Jahre alt war, gewöhnte er sich an, das rothaarige Mädchen von nebenan zu beobachten. Ihr Name war Lily Evans. Sie zog ihn förmlich an. Er bemerkte Anzeichen, die besagten, dass sie eine Hexe war. Eines Tages entschied er sich aus dem Schatten zu treten und sich ihr zu zeigen. Etwas, was er schon vor langer Zeit geplant hatte. Aber es lief anders, als er es sich vorgestellt hatte. Irgendwann begann Lily Severus doch noch zu vertrauen und die beiden wurden Freunde. Als die beiden bei Lily zu Hause waren, fanden sie einen Brief an Hogwarts geschrieben von Petunia in ihrem Zimmer. Die beiden konnten nicht glauben, dass Muggel in der Lage waren, einen Brief an Hogwarts zu senden. Aus Neugier öffneten sie ihn. Es war ein Brief, den Petunia an Dumbledore adressiert hatte. Lily, welcher als angebliche Muggel geboren wurde und nichts über die Zaubererwelt wusste, nahm ihn nicht ernst und dachte, er wollte sie beleidigen. Er entschied sich dann dazu, Petunia, also Lillys Schwester, böshaft einen Muggel zu nennen. Auch wenn diese nicht wusste, was das Wort zu bedeuten hatte, erkannte sie die Tonlage von Snape und sie befiel, Lily zu gehen. Als die beiden gingen, warf Lily Snape noch einen vorwurfsvollen Blick zu. Petunia schrieb an Dumbledore, dass Lily einen Brief von Hogwarts bekam und sie nicht und fragte sich, ob ihr Brief nicht in der Post verloren gegangen sei. Sie fragte ihn auch, ob sie nicht mit Lily nach Hogwarts gehen könne. Dumbledore verneinte dies allerdings freundlich. Eines Tages saßen Snape und Lily in den Wäldern und Snape erzählte ihr von Hogwarts. Er erzählte ihr auch von dem Ministerium für Magie, Asgaban, den Dementoren und den minderjährigen Zauberern. Lily fragte ihn daraufhin, ob es einen Unterschied macht, wenn man als Muggel geboren wurde oder nicht. Snape verneint dies. Snape hörte Petunia eines Tages sagen, dass sie nicht nach Hogwarts wolle. Sie sagte, dass er und Lily Freaks wären und verrückt, auf so eine Schule zu gehen. Lily brach in Tränen aus und konfrontierte sie mit dem Brief, den sie und Snape in ihrem Zimmer gefunden hatten. Das führte dazu, dass Petunia von ihr wich und sie bei der Abfahrt ignorierte. Nach dieser Situation gingen die Geschwister nie wieder normal miteinander um. Snape sah, wie Lily auf dem Weg nach Hogwarts über den Streit weinte. Sie erzählte ihm, wie sehr Petunia sie hasste. Snape antwortete auf das alles mit, und jetzt? Lily gab ihm daraufhin einen Blick, der von Abneigung gezeichnet war. Aber Snape brachte Lily zum Lächeln. Er sagte, hey, wir fahren nach Hogwarts, du wirst besser ein Slytherin werden. Die letzten Worte zogen die Aufmerksamkeit eines Jungen auf sich. Dieser Junge war James Potter. James wies stolz darauf hin, dass er ein Gryffindor sein wollte. Snape machte auf die Bemerkung hin einen missbeliegenden Ton. James und seine neuen Freunde versammelten sich automatisch um Snape herum. Dies machte Lily sauer, und beide verließen das Abteil. Auf dem Weg nach draußen versuchte James, Snape einen Fuß zu stellen. Als es Zeit war, in die verschiedenen Häuser einsortiert zu werden, wurde Lily zur Überraschung von Snape in Gryffindor einsortiert. Als Lily zum Tisch der Gryffindors ging, blickte sie über ihre Schulter mit einem traurigen Lächeln zu Snape hinüber. Als Snape nach Slytherin einsortiert wurde, ging er auf die andere Seite der Halle, weit weg von Lily. Die einzige Sache, die er sich niemals gewünscht hätte. Snape war in fast allen Fächern ausgezeichnet, aber seine besonderen Fähigkeiten zeigte er in Verteidigung gegen die dunklen Künste und im Zaubertränkebrauen. Er gab sich selber den Namen Halbblutprinz. Dieser Name setzte sich aus dem Mädchennamen seiner Mutter, Prinz, und dem Fakt, dass er halb Muggel und halb Zauberer war, zusammen. Snape schrieb alle möglichen Notizen in sein Buch, unter anderem auch Zaubersprüche, die er selber entworfen hatte. Einer davon war der berühmte Zauberspruch Sektum Sempra. Dieser Spruch schlitzt den Gegner auf wie ein Messer oder ein Schwert. Snape nahm auch Änderungen an den Anleitungen vor und machte sie besser, als der eigentliche Text es besagte. Dies tat er, indem er kleine Dinge dazu schrieb oder den Ablauf veränderte. Während der ersten Schuljahre gerieten er und James ständig aneinander. Dumbledore beschrieb dies als gegenseitiges Verachten. James und seine Freunde nannten ihn Sniphalus und mobbten ihn täglich. Einer der Studenten, der gleichzeitig der beste Freund von James war, hieß Remus Lupin. Er war ein Werwolf und ging jeden Monat in die Nähe der heulenden Hütte. Dies tat Lupin, um sich dort zu verwandeln. Snape beobachtete ihn dabei und war sehr interessiert daran, herauszufinden, warum er jeden Monat an die gleiche Stelle ging. Sirius Black erzählte Snape, wo der Eingang zur Weide war und wie man an ihr vorbeikommt. Snape folgte den Anweisungen von Sirius und als er fast dort war, packte ihn James ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben zu nehmen und rettete ihn vor dem sicheren Tod, den er bei Lupin als Werwolf gehabt hätte. Snape wollte nicht wahrhaben, dass James dies für ihn getan hatte und redete sich ein, dass er dadurch nur sich und seine Freunde retten wollte. Snape und Lily waren weiterhin befreundet, allerdings waren viele von Lillys Freunden sehr skeptisch gegenüber Snape. Obwohl sie ihn und seine Aktionen vor ihren Freunden rechtfertigte, mochte sie seine Freunde auch nicht. Eines Tages konfrontierte sie ihn damit. Sie erzählte ihm, dass sie seine Freunde nicht mochte und deren Aktionen nicht ausstehen konnte. Ich mag die Leute, mit denen du rumhängst, nicht. Sie sind gemein und benutzen dunkle Magie. Snape wurde sauer. Was ist mit den Sachen, die Potter und seine Freunde tun? Er war nicht in der Lage, seine Abneigung gegenüber James im Zaum zu halten. Lily fragte ihn daraufhin, was James und seine Freunde damit zu tun hatten. Er erzählte ihr, wie sie sich nachts heimlich rausschlichen und Lily fragte, warum er so verrückt nach ihnen sei. Warum kümmerst du dich darum, was die in der Nacht machen? Snape versuchte Lily zu erklären, dass James und seine Freunde nicht so toll waren, wie jeder dachte. Lily konterte nur mit, immerhin benutzen sie keine schwarze Magie. Sie beschuldigte ihn anschließend, undankbar gegenüber James zu sein. Er hatte ihn ja schließlich gerettet. Snape sagte, gerettet? Gerettet? Du denkst, er war der Held? Er hat sich selber und seine Freunde gerettet. Nichts weiter. Dieser plötzliche Ausbruch von Snape und seiner Weise, wie er über James sprach, machten Lily nur noch wütender, und sie wich von ihm. Sie versicherte ihm daraufhin, dass sie James nicht mögen würde, und sie denkt, dass er ein arrogantes Schwein ist. Diese Worte erleichterten Snape. Während Snapes fünften Jahres wurde er von James und Sirius angegriffen. Dies geschah in der Nähe eines Sees, wo Lily saß. James und Sirius fingen an, sich über Snapes große Nase lustig zu machen. Lily kam hinzu und forderte die Jungs, auf Snape alleine zu lassen. James sagte zu Lily, dass er nur endgültig aufhören würde, wenn sie mit ihm ausgehen würde. Sie antwortete jedoch, dass sie niemals mit ihm ausgehen würde. Snape war sehr sauer und in seiner Ehre verletzt, weil er keine Hilfe annehmen wollte. Ich brauche keine Hilfe von diesem dreckigen Schlammblut, rief Snape immer noch außer sich vor Wut. Diese Wörter trafen Lily tief, und sie antwortete kalt, okay, ich werde dich in Zukunft nicht mehr belästigen, und ich würde in Zukunft meine Hosen waschen, wenn nicht du wäre, Sneephelus. Snape versuchte vergeblich Lily um Verzeihung zu bitten. Sie hatte schon lange genug Entschuldigungen für ihn gemacht. Lily beschuldigte ihn und seine Freunde, den Todessern beigetreten zu sein. Snape verneinte dies nicht. Somit war sich Lily sicher und antwortete nur enttäuscht, dass sie ihren Weg entschieden hätte. Mit diesen Worten ging sie fort. Snape sah sie danach nicht mehr viel. Er widmete sich seinen Träumen, endlich ein Todesser zu werden und Voldemorts Armee beizutreten. Lily ließ sich derweil mit James nieder, und ich bin mir sicher, dass es Snape zerstört hat, die Liebe seines Lebens in den Händen seines größten Feindes zu sehen. Snape diente dem Dunklen Lord als einer seiner treuesten Diener. Voldemort befahl ihm, sich als Lehrer in Hogwarts zu bewerben, damit er Dumbledore beschatten konnte. Eines Tages hörte Snape eine Konversation zwischen Sibyl Trelawney und Dumbledore, welche ihm von der Prophezeiung von Harry Potter und Voldemort erzählte. Snape erzählte Voldemort davon und dieser realisierte, dass es sich bei dem Kind entweder um Neville Longbottom oder um Harry Potter handeln konnte. Er entscheidet sich, Harry Potter zu töten, den Sohn von Lily Potter, Snapes große Liebe. Als Snape bemerkt, was er getan hat, bittet er Dumbledore um ein Gespräch. Snape erzählt ihm, dass Voldemort denkt, dass die Prophezeiung Lillys Sohn meint. Er erzählt, wie er dem Dunklen Lord gebeten hat, Lily zu verschonen. Snape bittet Dumbledore, sie alle in einen sicheren Ort zu bringen und zu verstecken. Dumbledore fragt ihn, was er im Gegenzug dafür erhält. Alles, sagte Snape. Dumbledore entwickelt daraufhin einen Plan, um die Potters zu retten. Aber Lily und James haben ihr Vertrauen in Peter Pettyle gesetzt, welcher sie verrät und ihren Ort an Voldemort weitergibt. Dieser bringt James und Lily um und versucht, den jungen Harry Potter zu töten. Jedoch gelingt Voldemort dies nicht, da Lily durch ihre starke Liebe zu ihrem Sohn einen Schutz aufgebaut hat. Sie hat ihr Leben für ihn aufgegeben. Als Snape die Nachricht erreicht, dass Lily tot ist, bricht er weint auf dem Boden zusammen. Dumbledore erzählt Snape, dass Lillys Sohn die gleichen Augen hat, wie sie selbst. Wenn du Lily wirklich, wirklich geliebt hast, dann schütze den Jungen. Du weißt, wie und warum sie gestorben ist. Lass das nicht umsonst gewesen sein. Hilf mir, ihren Sohn zu beschützen. Snape arbeitet weiterhin in Hogwarts und als der Kopf des Slytherin-Hauses Slughorn in Rente geht, nimmt Snape seinen Platz ein und bleibt auch in dieser Position, als Harry in Hogwarts eintrifft. Snape behandelt ihn sofort wie den letzten Dreck. Das ist seine Art, irgendeinen Trotz gegen Harrys Vater James anzuwenden, seinen größten Feind. Dumbledore befiehlt Snape, ein Auge auf Professor Quirrell zu haben, den ehemaligen Lehrer zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Später im Jahr, als Quirrell Harrys Besen während eines Quidditch-Turniers verhext, performt Snape einige Gegenzauber, um Harry zu retten. Snape beschützt Harry das gesamte Jahr und Dumbledore war sich sicher, dass dies sein Weg war, die Schuld von damals auszugleichen. Nur so könnte er anfangen, Harrys Vater wieder mit vollem Hass zu verachten. In den darauffolgenden Jahren bleibt Snape dabei, Harry und seine Freunde falsch zu behandeln und bevorzugt die Schüler aus eigenem Haus, wie zum Beispiel Draco Malfoy. Während den Ereignissen des Feuerkeichs beginnt Snapes dunkles Mal immer dunkler zu werden. Dies bedeutet, dass Voldemort mehr Stärke zurückgewinnt. Am Ende des Jahres erlangt Voldemort seine volle Kraft zurück und kehrt in einem Körper zurück. Er ruft seine Todesser zu sich. Snape folgt seinen Anweisungen nicht. Später in der Nacht sendet Dumbledore Snape auf eine geheime Mission, um Voldemort auszuspionieren und ihm zu erzählen, dass Dumbledore ihn gesendet hat. Dies macht ihn zu einem Dreifachspion, jedoch immer noch loyal gegenüber Dumbledore. Er kehrt zu Voldemort zurück, genauso wie Dumbledore es ihm befohlen hatte. Snape entschuldigte sich, indem er Voldemort erzählte, dass er wie alle anderen gedacht hatte, dass der dunkle Lord tot sei. Dumbledore als ein Alibi zu haben, war eine gute Absicherung für ihn. Voldemort beschwerte sich nicht, über Snape, da dieser viele Jahre an Informationen über Dumbledore besaß. Snape tat weiterhin so, als wäre er auf Voldemorts Seite und fütterte ihn mit nützlichen Informationen, verheimlichte jedoch die wichtigen Informationen. Snapes Skills in dem Verhindern, dass andere seine Gedanken lesen konnten und er andere Gedanken lesen konnte, waren sehr effektiv und hilfreich. Sie waren sogar besser als die von Voldemort und so gelang es ihm, Voldemort aus seinen Gedanken fernzuhalten. So sicherte er, dass seine Deckung nicht auflog. Snape war weiterhin als Dreifachagent tätig und trat dem Orden des Phönix bei, den Dumbledore erstellt hatte, um Voldemort zu besiegen. Voldemort, der keine Ahnung hatte, dass Snape immer noch sehr loyal gegenüber Dumbledore war, dachte er hätte Snape auf seiner Seite. Im Sommer von Harrys sechstem Jahr in Hogwarts kam Dumbledore zu Snape und erzählte ihm von dem Horcrux-Ring, den er trug. Dieser führte dazu, dass der Fluch, der auf dem Ring lag, langsam auf Dumbledores Körper übergriff und ihn töten würde. Snape verzögerte den Fluch und Dumbledore fragte Snape, wie viel Lebenszeit er noch übrig hat. Snape antwortet, dass Dumbledore circa ein Jahr lang nur noch am Leben sein wird. Dumbledore erzählt ihm daraufhin von dem Plan, dass Malfoy ihn töten soll. Da Lucius Malfoy vor ein paar Monaten versagt hatte, die Prophezeiung zu besorgen, sollte Draco nun das Versagen seines Vaters ausgleichen. Dumbledore befiehlt Snape herauszufinden, was Draco plant und ihn zu beschützen. Dumbledore erzählt Snape dann, dass er derjenige sein muss, der ihn tötet. Dies ist der einzige Weg. Er begründet es damit, dass er sowieso in einem Jahr sterben würde und er nicht wollte, dass Draco komplett auf den falschen Weg gerät. Es hat eine Weile gedauert, aber Snape stimmt zum Ende hinzu. Vor dem Start des neuen Schuljahres lässt Narcissa Malfoy, welche begleitet wird von ihrer Schwester Bellatrix Snape versprechen, dass er auf Draco aufpassen wird und ihm helfen wird, die Aufgabe, die ihm Voldemort aufgetragen hat, erfolgreich zu beenden. Bellatrix vertraut Snape jedoch nicht und hinterfragt seine Loyalität zu Voldemort. Sie lässt ihn einen unbrechbaren Schwur ablegen. Sollte Draco nicht schaffen, Dumbledore zu töten, muss Snape an seiner Stelle treten und es zu Ende bringen. Wenn er dies nicht tut, stirbt Snape. Eines Tages gerieten Snape und Dumbledore in einen Streit. Snape argumentiert, dass Dumbledore ihm nicht vertraut und schon alles für verloren sieht. Er sagt, dass er Dumbledore nicht mehr umbringen will und dass dieser zu viel erwartet. Ist dir jemals in deinen brillanten Verstand gekommen, dass ich das alles nicht mehr will? Dumbledore antwortet, du hast mir dein Wort gegeben. Er forderte Snape auf, ihn später in der Nacht zu treffen. Dumbledore weiht Snape nun endlich ein und erzählt ihm, dass die Zeit kommen wird, in der Voldemort um das Leben seiner Schlange Nagini fürchten wird und wenn diese Zeit gekommen ist, soll Snape Harry die Wahrheit erzählen. Die Wahrheit, dass in der Nacht, in der Voldemort versucht hat, Harry zu töten, ein Teil von seiner Seele auf Harry übergesprungen ist. Um Voldemort endgültig zu töten, muss Harry zuerst sterben und Voldemort selbst muss der Mörder sein. Snape schaut Dumbledore fragend an und wird sauer. All diese Jahre habe ich geglaubt, wir würden ihn für sie beschützen, für Lily. Sie haben ihn am Leben behalten, damit er im richtigen Moment sterben kann? Sie haben ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen. Snape zieht seinen Zauberstab und lässt ein Patronus entstehen. Es ist eine silberne Hirschkuh, der gleiche Patronus, wie Lily ihn hatte. Dumbledore dreht sich mit Tränen in den Augen zu Snape um, nach all dieser Zeit, immer. Ein paar Monate später rücken die Pläne von Draco, Dumbledore umzubringen, immer näher. Doch er ist nicht in der Lage, dies zu tun. Stattdessen tötet Snape Dumbledore und löst damals sein Versprechen von vor einem Jahr ein. Snape flieht aus Hogwarts mit Draco, Bellatrix und ein paar anderen Todessern. Jedoch versuchte Harry ihn zu stoppen, bevor er Hogwarts wirklich verlassen konnte. Snape wehrte alle seine Sprüche mit Leichtigkeit ab. Harry nannte Snape einen Feigling. Dies war eine Sache, die Snape auf jeden Fall nicht war. Ein Feigling. Der Mann, der alles für diesen Jungen aufgegeben hatte. Der Mann, der die Mutter des Jungen mehr als alles andere geliebt hatte. Der Mann, der sich wiederholt in große Gefahr gegeben hatte, um Harry jeden Tag zu beschützen. Er war weder ein Feigling noch ein Versager. Snape befiehlt Mundungus Fletcher im nächsten Teil, den anderen zu raten, einen Verwandlungstrank zu trinken, um sieben identische Harrys zu erschaffen. Snape erzählt Voldemort dann den genauen Zeitpunkt, an dem der Orden des Phönix losfliegen müsste. Während des Angriffes sah Snape, wie ein Todesser direkt auf Lupins Rücken zielte und ließ den Spruch los, den er selber entworfen hatte. Sektum Sempra. Er wollte den Zauberstab des Todessers treffen, traf jedoch George Weasley am Ohr, welcher dadurch schwer verletzt wurde. Snape wird als Direktor von Hogwarts ernannt und erhält sein Versprechen, zu Dumbledore alle Kinder in Sicherheit zu behalten. Während er in dieser Position ist, nimmt Snape das Schwert von Godric Gryffindor und versteckt es in der Wand hinter dem Porträt. Er ersetzt das Original mit einem Fake-Schwert. Der Minister Rufus Skimgore nimmt das Imitat im Glauben, es sei das Original und gibt es Harry, da dieser es von Dumbledore geerbt hat. So stellt er sicher, dass Harry weiß, dass er das Schwert benutzen muss. Das Porträt von Dumbledore befiehlt Snape, nachdem er es erfahren hat, dass das Trio in den Wald vorgedrungen ist, das Schwert dort zu platzieren. Snape darf sich aber auf gar keinen Fall zeigen, denn falls Voldemort sich entscheidet, Harrys Gedanken zu lesen, würde so seine Deckung nicht auffliegen. Snape ging daraufhin zu den Wäldern und zauberte seinen Patronus, eine Hirschkuh, die Harry den Weg weist zum Schwert von Godric Gryffindor. Am Ende des Jahres kommt Harry mit Dumbledores Armee nach Hogwarts und enthebt Snape seines Amtes. Die letzte Schlacht bricht in Hogwarts aus und etwas später ruft Voldemort Snape zu sich. Snape bemerkt, wie nah Voldemort seine Schlange bei sich hält, genauso wie Dumbledore es vorhergesagt hatte. Snape weiß, dass es nun an der Zeit ist, Harry alles zu erzählen. Unpassenderweise hatte Voldemort Snape herbestellt, um ihn zu töten. Er dachte, er würde so der wahre Besitzer des Elderschafts werden. Voldemort lässt seine Schlange auf ihn los, welche sich um seinen Hals wickelt und ihn langsam erwürgt. Erst als Voldemort sie ruft, lässt sie los und setzt ihn mit einem Biss ein Ende. Harry zog seinen Unsichtbarkeitsmantel aus und zeigte sich ihm. Er schaute auf den Mann, den er hasste. Seine schwarzen Augen fanden Harry, als er versuchte zu sprechen. Nimm sie! Tränen liefen an seiner Wange herunter und Harry sammelte sie in einer kleinen Fiole auf. Diese Tränen waren die Erinnerungen der Wahrheit. Die Wahrheit über Snape, der ein Dreifachagent war, der bis zuletzt loyal gegenüber Dumbledore geblieben war. Die Wahrheit, dass Harry von Voldemort getötet werden muss. Und die Wahrheit über Snapes große Liebe, Lily. Snape war einer der loyalsten Freunde von Dumbledore und Voldemort konnte all diese Zeit sein Motiv nicht erkennen. Liebe. Und das war's auch wieder mit diesem Video und dem Leben von Severus Snape. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.